Was ist schon die Abwärtsrichtung? Das war ein Kommentar unter einem der letzten Videos. Da muss ich sagen, ja tatsächlich, der Markt, der schießt in die Höhe. Wen interessiert denn nochmal, dass es nach unten gehen kann? Offensichtlich im Moment niemanden. Alle wollen offensichtlich kaufen. Wir sehen hier den Nasdaq Future. Der ist unterwegs, ganz tapfer auf dem Weg nach oben. Gucken wir es uns im Nahkampfchart ganz kurz mal an. Hier 15 Minuten Basis beispielsweise. Dann sehen wir, alle Versuche, die wir bisher nach unten hatten, waren eigentlich eher irgendwie dreiwellig. Das war dreiwellig. Auch das war dreiwellig, dass er hier so lange gebraucht hat. Das liegt hier am Nachthandel. Also alles irgendwie nach unten, wenn schon waagerecht, notfalls dreiwellig. Da vorne kann man es nicht so gut erkennen. Also das Ganze gilt auch für heute Nachmittag. Kriegen wir nachher hier irgendwelche so Korrektivenmuster? Oder muss ja nicht so sein, kann ja auch wieder dreiwellig sein. Alles, was so aussieht und dann hier zwischenhochstriggert, ist vorläufig zumindest mal ein Indiz für die Fortsetzung nach oben. Die Leute wollen offensichtlich kaufen. Ist damit der Bärenmarkt schon komplett weg? Können wir davon ausgehen, dass das schon vorbei ist? Müssen wir wirklich nochmal tiefer gehen? Naja, von müssen kann ich die Rede sein. Es gibt natürlich keine Pflicht, dass bestimmte Levels erreicht werden an der Börse. Das wäre Quatsch. Aber es wäre gar nicht so untypisch. Hier im Nasdaq-Fall bin ich noch am wenigsten klar, was das Ganze angeht. Das gucken wir uns gleich bei den anderen nochmal an. Aber auch hier ist es nicht untypisch, nicht unrealistisch, dass wir jetzt so in diesem Mittelteil dieser übergeordneten Bewegung bis auf Tagesebene hier das Hoch von Juli. Dann ging es ja hier tapfer runter, 19. Juli bis 18. August. Da ging es ziemlich hektisch erstmal nach unten. Für viele erstmal eine doofe Situation. Jetzt geht es hoch. Also ganz optimistisch sein sollten wir noch nicht im Sinne von, nö, nö, kann gar nicht schief gehen, geht jetzt nur noch nach oben. Das klingt wie berühmte letzte Worte. Also deshalb da ein bisschen vorsichtig sein. Noch nicht übereuphorisch. Aktuell allerdings, zumindest mal für die kürzerfristigen, ist es offensichtlich die Longrichtung. Ich hatte es euch eben angedeutet, wackelig oder eben korrektiv nach unten, dreiwellig eben klassischerweise, würde beim Bruch der Zwischenhochmarke eben dafür zumindest mal stimmen, dass aufwärts noch durchaus en vogue ist. Es gibt auch andere Methoden, wie man das machen kann. Ihr seht das hier in so einem Signal, was ich hier immer habe. Das ist so ein System, was wir haben. Darauf hatten wir heute im Trade des Tages einen Silbertrade, den wir da vorgestellt haben. Diesen hätte ich euch ja auch gerne vorgestellt, aber der ging dann so schnell los, dass man überhaupt gar keine Chance hat mehr zu reagieren, wenn man dazu auch noch was schreiben sollte. Also das war was für die, die es direkt live sehen konnten. Wenn sie das sehen konnten, dann ist das natürlich machbar, sonst aber nicht. Aber wir wollen uns gar nicht so sehr darauf konzentrieren. Ich wollte nur den Silbertrade ganz kurz als Trading-Idee für heute nochmal vorgestellt haben. Das so als kleiner Hinweis dazu. Auch der ist ähnlich wie der hier unterwegs aktuell, also in tapfer in die Richtung. Aber das ist hier beim Nasdaq ebenfalls offensichtlich die entscheidende Richtung. Also der Ausbruch, der zeigt, okay, diese Richtung ist es. Also in dem Fall nach oben. Ganz kurzer Hinweis noch dazu, weil einige sagen, willst du wirklich in beide Richtungen? Ja, wenn er aus diesen Bereichen ausbricht, dann ist mir egal, ob es Long ist oder wie hier Short ist, dann wird die Richtung erstmal gehandelt. Das ist etwas, was ich am liebsten mache. Was nicht immer gut geht, ihr seht ein Beispiel hier im Wochenchart. Da war es nach oben erstmal doof, später dann nach unten natürlich dann sehr gut. Also das ist nicht gegeben, dass das immer klappt. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Aber ihr seht schon, dass es an vielen Stellen eigentlich nicht so schlecht läuft. So, aber das ist die eine Geschichte. Gehen wir zurück zu den Indizes. Das ist beim S&P 500 nicht groß anders. Auch hier hatten wir mal angedeutet, naja, so ein Mittelstück wäre ja durchaus in Ordnung. Also vorläufig nach oben ist ja völlig okay. Ihr seht, dass der Nasdaq und der S&P hier sehr, sehr ähnlich aussieht. Also da ist kein so großer Unterschied aktuell und dementsprechend, naja, auch nicht so viel Neues dazu zu sagen. Wir müssen damit rechnen, dass es dann noch weiter hoch geht. Kannst du denn vielleicht auch sagen, wie hoch? Das können wir ruhig mal hier im Tageschart mal andeuten. Also nehmen wir mal an, das war jetzt diese erste Abwärtsbewegung. Dann dürften wir durchaus in diese Zone reingehen. Ihr erinnert euch, ich mache mal jetzt diese grüne Linie weg. Die brauchen wir nämlich nicht mehr. Auch die brauchen wir nicht mehr. Die brauchen wir nicht mehr. Und das, das waren alles mal mögliche Zielmarken, wo diese Unterstützung vielleicht den Markt dreht, wenn die Marktteilnehmer die ergreifen. Haben sie nicht? Na gut, dann halt nicht. Zwingen kann man sie halt auch nicht. So, aber jetzt sind wir in einer Bewegung relativ stark nach unten gewesen. Und korrektiv in diese Richtung ist schon in Ordnung. Und ihr seht, viel müssen wir da eigentlich nicht mehr. Ich mache mal ein bisschen, zoome ich mal ran und die blaue Kiste verschiebe ich, dass wir diese Zwischenhochs besser sehen. Das per se war vielleicht noch nicht korrektiv genug, ging auch relativ schnell. Wir gucken uns in dem Zusammenhang auch immer gerne so ein bisschen die Geschwindigkeit an. Und eigentlich mag ich es nicht, wenn das die starke Richtung sein sollte. Und dass die Gegenbewegung sein sollte, dass die Gegenbewegung schneller ist. Ihr seht, das war schneller, also höher über der Linie. Das wäre was anderes, wenn er jetzt dann quasi da noch irgendwie hinläuft. Vielleicht macht er ja auch noch irgendwie sowas in der Richtung. Dann wären wir hier rechts von dieser schrägen Linie in diesem Bereich. Und dann wäre das nochmal absolut denkbar. Haltet das im Hinterkopf. Das ist jetzt keine Empfehlung. Oh Gott, dann gehe ich jetzt schon mal Short. Denn er hat ja auch gesagt, dass es runter geht. Also im Moment bin ich überhaupt nicht darauf, hier jetzt eine Short-Position zu eröffnen an der Stelle. Die Marktteilnehmer zeigen es mir ja nicht, dass sie ja da Lust zu haben. Das wäre erst dann gegeben, wenn wir beispielsweise solche Zwischentiefs dann durchstoßen. Oder wenn wir hier massiv irgendwelche Wendesignale haben. Aber da sind wir ja noch nicht. Auch hier müsste es eigentlich nochmal nach oben gehen. Ihr seht, schiebe ich das mal hier so halbwegs zur Seite, dass man da wenigstens ein bisschen was erkennen kann. Also eigentlich müsste der ja noch ein bisschen höher liegen. Wenn ich einer mal gerne einen Trendkanal einleiten, das können wir natürlich auch. Also so der Verdacht, dass wir noch da Richtung 50er Marke erstmal gehen müssten, ist da gar nicht so unrealistisch. Also vorläufig scheint mir die Aufwärtsrichtung gar nicht so schlecht zu sein. Da würde ich durchaus mal ein bisschen dran festhalten. Irgendwo da in diesem Bereich, da könnte ich mir dann vorstellen, dass die Marktteilnehmer ernsthaft überlegen, Mensch wollen wir, sollen wir mal da einen Dreh machen. Aber vorläufig ist das noch nicht. Nehmt das also bitte nicht als Ankündigung. Der Markt muss da runterfallen. Aber rechnet damit, dass die Ersten ungefähr in diesem Bereich, 4.500, sich überlegen, meinen wir das jetzt eigentlich ernst mit dem Aufwärts und marschieren durch, wäre ein starkes Signal. Oder ob die Marktteilnehmer sagen, so ganz geheuer ist mir das nicht, ich nehme mal lieber mit, was ich kriegen kann und schließe die Position, schaue mir das Ganze mal in Ruhe an und kann dann notfalls später nochmal einsteigen, wenn ich da ein bisschen mehr Klarheit habe. Also ich will jetzt kein Unkenrufer sein, aber wir dürfen jetzt nicht sagen, abwärts geht gar nicht. Das kann ja gar nicht sein. Naja, dafür ist dieses Verhaltensmuster doch noch zu typisch, als dass man sagen dürfte, ne, völlig illusorisch, kannst du knicken. Das passiert definitiv nicht, dass der Kurs da irgendwie nochmal da runterkommt. Da bin ich mir noch nicht so ganz so sicher. Aber noch nicht den Kopf in den Sand stecken. Aktuell feiern die Bullen sich selbst, zumindest mal am Nachmittag, wenn der Markt wackelig runterkommt. Nochmal der Hinweis, das ist das Gleiche, was wir mehr oder weniger eben erwähnt haben beim Nasdaq. Wenn der Kurs irgendwie so runterkommt im Großen, auch wenn er so runterkommt im Kleinen, sind das alles Long-Signale, denkt immer an diese Zwischentrigger und die Welt wird gut. Aufpassen allerdings, wenn der Markt eben nicht wackelig, sondern steil runterkommt. Erste Indikation sieht man wahrscheinlich dann in 5 Minuten, in 15 Minuten oder im kurzfristigen Chart, wenn es so aussieht und dann die Marktteilnehmer nur noch hoch wackeln. Dann würde ich erst mal sagen, okay, jetzt kippt das Bild und zumindest vorläufig ist abwärts abgesagt. Das muss noch nicht fürs große Bild unbedingt gelten. Wer jetzt total verwirrt ist und sagt, Mensch, da kommt er wieder und erzählt was von allen Richtungen. Long ist super, Short ist super. Wenn ihr längerfristig unterwegs seid, richtig längerfristig, dann gilt nach wie vor, alle Marken, die hier drüber bleiben, sind immer noch der Bullenmarkt beim S&P und beim Nasdaq hatten wir es ja ähnlich besprochen. Also so lange ist das alles noch ein bullischer Markt und es gibt gar keinen Grund hier entsprechend zu wechseln auf die Short-Seite. Das ist für die längerfristigen. Das sind dann halt Bewegungen, die müsst ihr dann halt aushalten. Das kann dann passieren. Denkt also daran, für die langfristigen ist das alles Pille, Palle, was hier ist im Kleinen. Ob der dann mal ein paar Stunden hoch oder runter geht, ist nicht aussagefähig. Und im langfristigen ist es nach wie vor ein Bullenmarkt. Da hat sich vorläufig auch noch nichts dran geändert. Die Chancen, dass es jetzt aber eine Korrektur gibt, sind groß. Solange die Korrektur nicht übertreibt, ist alles safe. Wenn sie übertreibt, dann halt nicht mehr. Das ist halt der Nachteil. Viele wünschen sich, ich möchte nur langfristig unterwegs sein, aber ich möchte ideal am höchsten Punkt raus. Das geht nicht. Am besten nicht bewachen müssen, aber immer an den optimalen Stellen rein und raus. Das geht nicht. Das ist für die etwas Fleißigeren unter euch, die dann sagen, ich gucke mir das nicht nur im Tagesschart, sondern vielleicht im 4-Stunden-Chart an. Oder sogar noch etwas aktiver im 15-Minuten- oder 5-Minuten-Chart an. Die sind natürlich immer dichter an den entsprechenden Wendepunkten dran und können dann entsprechend solche als eigenständigen Trade oder eben als einen frühen Einstieg, um dann eben gegebenenfalls auch laufen zu lassen, um zu sagen, na gut, guck mal. Da kann ich ja die Abwärtsseite nochmal mitnehmen. Also das ist Vor- und Nachteil. Die Fleißigen, ich will das jetzt gar nicht so in den Raum stellen. Ich will das nicht kritisieren, wenn der eine langsamer oder der andere schneller handelt. Ihr habt ja auch andere Aufgaben mit unterzutun. Aber wenn ihr eben die kürzeren Zeiten handeln wollt, dann seid ihr natürlich an den enger, an den entsprechenden Wendepunkten dran. Wenn ihr sagt, es ist mir zu mühsam, ich will einfach nur jetzt schon wissen, wann er dreht, ja das wird keiner euch vorher sagen können. Zumindest mal nicht gesichert und zuverlässig. Na gut, also soweit das Ganze. Ihr seht jetzt, ihr könnt hier zwischendurch immer wieder an diesen kleineren Verlaufsmustern erkennen, womit ihr vorzüglich zu rechnen habt. Das ist keine Garantie, das ist immer dann auch genauso passiert. Aber es hilft einem, dass man sagen kann, na ja meistens passt das ganz gut. Gut, und ihr wisst, Traden ist nicht eine Einzelfallentscheidung, sondern eine Massenentscheidung. Viele glauben, na ja, ich habe einen Trade jetzt, den muss ich optimal hinbekommen. Dergebliche Liebesmühe aus meiner Sicht macht es eher so, macht, dass er recht gut dasteht. Und dann macht ihr 10, 20, 50 Trades dieser Art, ist auch relativ wenig Aufwand, weil ihr ihn ja gar nicht optimal hinkriegen müsst. Macht den Trade, dass er einigermaßen gut passt und dann werdet ihr feststellen, da bleibt was übrig am Ende einer Trading-Reihe, einer Trading-Serie. So, gucken wir uns den Dow an, wie der aussieht. Ist der denn ebenfalls ganz in Ordnung oder nicht? Auch der ist im Moment natürlich im bullischen Modus, das kann man nicht anders sagen. Also aufwärts sieht ja ganz gut aus. Auch hier würde gelten, vorläufig wackelig runter, wäre sogar noch mal eine Einladung für die Long-Seite. Also, dass das hier noch mal in etwa passiert, fände ich ganz gut, mit Einstiegsmöglichkeiten in der Richtung. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie muss denn das Ding sein? Relativ einfach, es müsste korrektiv sein. Zugegeben, ganz genau sollte man hier nicht hingucken, denn super toll sieht das nicht aus. Im 4-Stunden-Chart, ich wollte sagen Viertelstunden-Chart, nein, im 4-Stunden-Chart sieht das gut aus, aber im Viertelstunden-Chart sieht man schon, muss man manchmal vielleicht so ein bisschen ein Auge zudrücken bei der Geschichte. Passt allerdings insgesamt immer noch, also da kann man durchaus sagen, okay, wenn er jetzt, also korrektiv, sprich dreiwellig oder von mir aus auch mehrwellig mit Überschneidung runterkommt, also das ist egal, ob er mit oder ohne, und anschließend dann diese letzte Zwischenmarke durchstößt, und wenn es die halt nicht gibt, dann ist es dann halt diese durchstößt, dann wäre das ein guter Hinweis, weil das die erste Welle war, dass er anschließend noch mal so was nach oben macht. Und das würde sich gar nicht beißen mit dem Übergeordneten, Denn wir hatten ja auch hier schon angedeutet, naja, irgendwann wird er mal fertig sein mit abwärts, und dann wird er mal in unsere Lieblingsbox reinlaufen, 38, 20 Fibonacci bis 50 bis 61, 8. Er ist jetzt schon ran gelaufen, und das wäre eigentlich ein optimaler Zeitpunkt, manch einer wird so, ah, guck mal, da haben wir noch Unterstützung, beziehungsweise Widerstände jetzt hier aus der Vergangenheit hier, dass der Kurs jetzt mal wirklich eine Pause macht, anschließend noch mal hinkommt, und dann wird entschieden, hier wird dann entschieden, ob die Marktteilnehmer sagen, es ist auch gut, jetzt machen wir halt den zweiten Teil dieser Bewegung noch, oder ob die Marktteilnehmer sagen, nee, nee, das war ja ganz anders gedacht, wir marschieren jetzt weiter. Dann müssen wir uns wirklich Gedanken machen, ich finde dieses Bild zwar wunderhübsch, und ich fände es auch gar nicht so schlecht, wenn er das machen würde, also versteht mich nicht falsch, aber so richtig glücklich wäre ich dann mit diesem internen Verlauf noch nicht, aber da mache ich mir jetzt noch keine Gedanken dazu, also eigentlich würde ich fast eher sagen, wir kriegen das Ding hier, aber was weiß ich schon, muss ich ja gar nicht entscheiden jetzt, das können wir dann sehen, wenn der Kurs hier ist, also ihr seht, vorläufig scheint mir Long noch ganz gut, vielleicht kriegen wir sogar noch bald ein Handelssignal, achtet da mal selber drauf, wenn es zu einer sinnvollen Zeit kommt, kriegt er natürlich von mir einen Hinweis dazu, entweder im Born for Trading, da kriegt ihr sowieso ganz viele Trades, oder aber eben im Trade des Tages, wo ich euch dann vielleicht denen dann mal vorstelle, wenn das Bild schön zu erkennen ist. Und da ist auch noch ein Hinweis, leider passiert das nicht immer so schön, wie ich das jetzt hier eingezeichnet habe, wer jetzt zu Recht sagt, ja Rüdiger, das habe ich aber schon hässlich gesehen, dann weiß ich immer nicht, ich sage ganz ehrlich, das geht mir auch so, vielleicht kann ich ein paar mehr identifizieren als ihr, weil ich einfach geübter bin, aber häufig sage ich auch, das ist mir zu uneinheitlich, zu undeutlich hier, was die Bewegung angeht, das lasse ich lieber weg, dann mache ich halt nicht den Dow Jones, sondern vielleicht den S&P, den Nasdaq oder vielleicht auch den DAX, wenn es da besser aussieht. Fazit, Nasdaq, Entschuldigung, Dow Jones, ich würde mich nicht wundern, wenn wir langsam, aber sicher mal in diese Pause reinkommen, weil wir die 38er FIBO erreicht haben und so ein bisschen hier so ein Zwischenhoch hier auf Tagesebene vom 24. August, hier nochmal eins vom Ende Juni, das ist aber jetzt nicht zwingend, nicht, dass ihr sagt, oh Gott, da muss der Kurs jetzt drehen, das ist jetzt nur mal best guess, also noch sieht man es hier ja nicht, aber guckt auch hier, ob der Kurs als nächstes mal scharf und so geht, dann wüsst ihr, ja okay, gebt ihm doch mal diese Pause, also sprich, das wäre dann quasi dieses Bild, was ich hier gezeichnet habe, wäre quasi das Pendant dann hier dazu und mit fröhlicher Erwartungshaltung, dass wir vielleicht sogar das bekommen, lasst euch immer triggern, lasst euch immer zeigen von den anderen Marktteilnehmern, dass sie durch die entsprechenden Marken durchgehen und wenn sie das tun, setzt auf die Fortsetzung, guckt, was die anderen machen, guckt, dass die Gegenwehr schwach ist und dann handelt ihr die starke Richtung gerne nochmal, das ist eine Idee, die man machen kann, ich benutze das gerne mit den Triggern, hier eine andere Alternative sind die Wendeanzeiger, an der Stelle, wenn ihr da tolle Ideen dazu habt, könnt ihr die umsetzen, ansonsten aber mindestens mal hier die Zwischenmarken, die sind auf jeden Fall auch geeignet dafür. Unter DAX, gucken wir uns den DAX an, einmal nochmal ganz kurz hier auf Indexbasis, dann sehen wir der Anstieg, ein bisschen höher, nein, ein bisschen niedriger hätte ich mir eigentlich gewünscht, ein bisschen zu hoch hat er gedreht, aber also völlig in Ordnung, also ist er in der Kiste drin, die Kiste wäre mir noch ein bisschen lieber, da verdichtet sich das noch ein bisschen mehr, aber man darf ihm jetzt nicht schimpfen, dass er ein paar Millimeter höher ist, es wäre unter anderem ein bullisches Zeichen, wenn er vorher schon dreht. Dann hätten wir hier möglicherweise ein Leading, wir hatten das angedeutet, dass das eigentlich nicht so toll ist mit diesen Überschneidungen, aber natürlich kann sowas eine Leading-Geschichte sein, dann hätten wir jetzt hier möglicherweise, also es gibt jetzt mehrere Varianten, wie man das zeichnen kann, ich vereinfache das jetzt hier mal, also das kann durchaus bullisch sein, im Moment ist es ja, aber ich meine auch fortgesetzt bullisch, also dass das bullisch ist, muss ich euch nicht erzählen, das seht ihr ja selber, aber das kann auch fortgesetzt noch bullisch werden, das heißt, wenn der Kurs jetzt immer wieder schöne Korrektürchen nach unten macht, Korrekturen heißt so, in die Mitte der letzten starken Bewegung wieder hier rein, theoretisch hier wieder die Kiste, wie ich sie sonst gezeichnet habe, dann wären das völlig normale Rücksetzer, lieber ist mir allerdings, wenn er sie nicht so steil macht, das verwundert mich hier doch ein bisschen, dass die alle sehr steil sind, die Korrekturen, ihr seht das, der hier ist der erste, der nicht so steil ist, alle anderen sind doch ganz schön impulsmäßig, hier die Schübe nach unten, wo ich mir immer wieder sage, was sind das für Angsthasen, die da unterwegs sind, sie wollen irgendwie nach oben, das ist die gute Nachricht, aber sie lassen sich sehr, sehr, sehr leicht erschrecken, weil die Abwärtsbewegungen eben nicht so laufen, wie das typischerweise für eine Korrektur ist, sondern extrem steil, was ganz offensichtlich auch geht, aber es ist eben nicht so typisch, weil man zumindest in diesem Moment nicht wirklich erkennt, soll das jetzt eine Korrektur sein oder nicht, das ist, also wenn ihr da sagt, ja hier hätte ich das nie erkannt, ja ich auch nicht, also ich mag das nicht, wenn die Leute sich so erschrecken lassen, jedes Mal, mit so einer Steilheit hier runter gehen, also wenn das mal zwischendurch passiert, die Anhänger einer Flatbewegung, die kennen das, das kann durchaus mal passieren, aber wenn quasi alle Rücksetzer so steil sind, da sind noch viele Hasenfüße unterwegs und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass er sagt, so jetzt kriegen wir die 1, 2, 3, das ist dann so halbwegs hier eine fertige ABC-Korrektur, wenn dann wieder irgendeine doofe Nachricht kommt, dann kriegen sie kalte Füße und dann passiert das nach unten doch nochmal. Deshalb achtet sehr da drauf, ich mache das nochmal groß, achtet sehr da drauf, ob der Kurs, insbesondere in der Nähe von irgendwelchen durchaus sinnvollen Widerstandsmarken oder Hochmarken, wo man sagen kann, da hat der Kurs ganz gute Chance zu drehen, ob er dann schwach runterkommt, die Welt ist in Ordnung, dreiwellig runterkommt, da weiß man es noch nicht, wenn er bricht allerdings, ist die Welt in Ordnung für die Bullen. Oder ob er sagt, nee, 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 wir machen das so. Dann ist das noch kein Drama, das seht ihr, solange der Kurs immer wieder nach oben schießt, nach oben schießt, auch hier, zack, nach oben schießt, zack, nach oben schießt, hier immer mit Gap, aber das ist nach oben schießt. Nur wenn er nicht nach oben schießt, sondern wenn er dann schwach. Ihr seht, wie wichtig das ist, beide Komponenten. Viele sagen dann, ja, aber wenn er das nicht macht, dann mache ich halt trotzdem irgendwie. Genau das ist das, was der Händler nicht machen sollte. Das spricht für Short, aber löst ja kein Short aus, dann müsste er wackelig, er macht dann nicht, also nicht Short. Ah, das hier, Short gehen, aber er wackelt nicht hoch, sondern er geht steil hoch. Erst wenn es so aussieht. Wenn er das aber mal so macht, dann wäre ich zumindest mal einer, der es verpasst. Ich weiß, da sagen viele wie doof, dann habe ich da was verpasst. Na gut, wenn ich es da verpasse, mache ich halt einen Trade woanders, wo es vielleicht ein bisschen deutlicher aussieht. Gerne auch natürlich bei den Amerikanern. So, jetzt habe ich euch wieder viel Zeit gekostet. Ich hoffe, dass ihr was mitnehmen konntet aus der Überlegung. Aktuell sehe ich noch keine Schwäche, aber bitte, bitte seid nicht übereifrig, im Sinne von, kann gar nicht schief gehen. Ist noch nie schief gegangen. Die Börse geht immer nur nach oben. Nach unten haben wir noch nie gesehen irgendwie. Wir gehen da volles Risiko all in. Bitte tut das nicht. Niemals übertreiben. Bitte niemals zu sicher sein einer Bewegung. Ich weiß nicht, ob die Abwärtsbewegung kommt, aber sie ist noch zu sehr möglich, als dass ihr sie komplett ausschließen solltet. Bitte aber jetzt nicht profilaktisch schon mal Short gehen. Halte ich nicht für sinnvoll. Aber ich habe euch gezeigt, auf was ich reagieren würde mit dem Short. Und dementsprechend habt ihr eine Idee auch, wie ihr eure Stops setzen müsst. Denn sobald ihr eine Idee habt für ein Short, ist natürlich die Long-Richtung, dann zumindest mal auf dieser Zeitebene nicht mehr wirklich adäquat. So, in diesem Sinne lasse ich euch jetzt erstmal allein mit dem Markt. Genießt es. Macht selber mal eure Gedanken oder lasst euren Gedanken freien Lauf dazu. Schaut euch die Charts selber gerne nochmal an. Zeichnet ein bisschen. Das hilft enorm, um das Verständnis für die Marktbewegung zu bekommen. Euch erstmal liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.